Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, eine riesige Staubwolke ist auf dem Weg nach Deutschland und diese Staubwolke besteht aus Sahara-Staub. Und für alle, die jetzt schon ihr Auto gewaschen haben, weil ja jetzt so langsam das Frühjahr kommt, wird das eine lustige Zeit, denn erstens der Staub wird sich mit oder ohne Niederschlag über Deutschland hinweg bewegen und dann auch niederrieseln. Und wenn es regnet, dann kann es zu einem sogenannten Blutregen kommen. Das heißt also, der Sahara-Staub wird ausgewaschen und landet dann auf dem Boden oder eben auf dem Auto. Oder wer den Frühjahrsputschung gemacht hat und hat Dachfenster, tja, viel Spaß kann ich da nur sagen. Grund für dieses Ereignis ist eine südwestliche Strömung. Das heißt also, aus der Sahara heraus wird Sand über das Mittelmeer hinweg Richtung Deutschland verfrachtet. Was man hier auch sehr schön sieht, das sind die Kondensstreifen der Flugzeuge, die man hier im Kontrast dieser Staubwolke sehr gut sieht. Und was man auch sieht ist, dass diese Kondensstreifen dann einen Schatten werfen auf diese Staubwolke. Somit kann man ungefähr sagen, naja, der Staub wird wohl etwas niedriger unterwegs sein als die Flugzeuge, die sich hier bewegen. Interessant auch zu sehen, wie viele Flugzeuge hier unterwegs sind. Also die ganzen Kondensstreifen, die ihr hier seht, das sind alles Maschinen, die ja hier durch die Gegend fliegen. Korsika ist mit Sicherheit momentan am meisten betroffen von diesem Sahara-Staub. Aber auch Südfrankreich wird jetzt heute im Laufe des Tages oder jetzt der Nacht dann davon betroffen sein. Dann die nächsten Tage auch Deutschland. Wir sehen, wir haben momentan über Deutschland eine relativ dichte Bewölkung. Und es ist auch zu vermuten, dass es zumindest in Teilen von Deutschland zu Blutregen kommen wird. Das ist etwas, was eben in diesem Zusammenhang immer wieder möglich ist. Temperaturen am Wochenende, naja, also Ostern wird richtig schön. Das heißt, es ist 22, 23, 24 Grad teilweise. Das wird natürlich eine super Zeit. Aber mit dem Sahara-Staub wird das Ganze auch ein bisschen diesig werden. Das heißt, vielleicht werden die Temperaturen dann doch nicht so hoch und je nachdem natürlich auch, ob die Sonne scheint. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Jetzt im Frühjahr vor allem, da brauchst du schon sehr, sehr viel Sonneneinstrahlung, dass du dann auch höhere Temperaturen erreichst. Temperaturniveau generell momentan normal. Wir haben in dieser Ansicht immer die Möglichkeit, auch uns ein paar Anomalien anzugucken. Ich gucke mir immer sehr gern den Vergleich an in diesen Disziplinen hier. Und zwar die Anomalien im Meerwasser. Das heißt also Temperaturen, die jetzt abweichen von den über lange Zeit gemessenen Temperaturniveaus. Also das Temperaturniveau generell, zum Beispiel auch der Meerestemperaturen, ist sehr interessant. Da haben wir seit letztes Jahr tatsächlich eine Veränderung in der Wassertemperatur. Hier jetzt im Jahr 2023 war das schon ausgeprägt. 2022 haben wir jetzt von hier, also von diesen Anomalien jetzt zum Beispiel auch im Atlantik noch nichts gesehen. Dann langsam El Nino hier 2023. Ja, und dann auch die Erwärmung des Atlantiks. Und 2024 jetzt haben wir also immer noch eine sehr hohe Temperatur im Atlantik. Das könnte sich aber ändern, denn El Nino bricht gerade zusammen. Das heißt also, dieses Phänomen wird wohl dieses Jahr sich abschwächen und dann vermutlich auch keinen Einfluss mehr haben auf Anomalien bezüglich auch der Temperatur im Atlantik. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Momentan schaut es auf jeden Fall wieder ein bisschen normaler aus, obwohl die Temperaturen, die Meerwassertemperaturen im Atlantik immer noch zu hoch sind. Aber mal gucken, wie sich das dann im Laufe des Jahres jetzt so entwickelt. Können wir natürlich auch wieder ausmachen, unsere Anomalien hier. Und uns dann eben wieder auf diese große Wolke hier konzentrieren, wo wir auch am 27. bereits sehen, wie dieser Staub hier aus der Sahara nach, ja, in Richtung Nordwesten, äh, Nordosten befördert wird. Und man sieht auch hier diese Wellenstrukturen, das heißt also, dieser Wind, der dann diesen Staub hier ins Mittelmeer hinausbläst. Und dann haben wir eben diesen Staub jetzt bereits hier über dem Schwarzen Meer. Na, das heißt also, da ist der Staub dann schon angekommen. Und jetzt kommt eben eine neue Welle aus Staub, die aber dann jetzt eher Richtung Mitteleuropa ziehen wird. Und da bekommen wir eben dann, ja, unseren Staub dann ab. Na, ob man den jetzt will oder nicht, da kann man nicht recht viel machen. Nun, diese Ansicht im Übrigen, was ihr hier seht, das ist die NASA Worldview. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich verschiedenste Dinge anzuschauen. Nicht nur jetzt zum Beispiel Sahara-Staub, sondern auch verschiedene Layer kann man hier einblenden. Also verschiedene Ansichten, was man hier alles anschauen will, wie zum Beispiel eben diese Meerwasser-Thematik. Aber man kann sich also die Luftqualität anschauen und sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die zum Beispiel mit dieser Thematik zusammenhängen. Zum Beispiel Sea-Eis habe ich exakt überhaupt noch nicht ausprobiert. Kann man das hier angucken? Wirklich? Also das Meereis? Ja, das ist eher ein Satellit, der hier angezeigt wird mit seiner Umlaufbahn. Aber nicht das, was ich eigentlich sehen wollte. Naja, wie dem auch sei. Jetzt wollte ich was zeigen und es hat gar nicht funktioniert. Aber in bestimmten Bereichen bin ich bei der NASA Worldview auch nicht so fit. Das gebe ich zu. Also was mich hauptsächlich interessiert, bei dieser Ansicht kann man sich auch sehr schön Vulkanausbrüche anschauen. Ob man jetzt über Island was sieht, weiß ich exakt gar nicht, weil wir ja hier dann auch das Problem haben mit der... Ja doch, guck mal an. Diese Wolke, die ihr hier seht, das ist der Vulkanausbruch auf Island momentan. Da gibt es auch eine Gasentwicklung und auch eine teilweise problematische Gasentwicklung bezüglich der Luftqualität. Aber das hier ist der Ausbruch. Cool, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Weil die Auflösung natürlich auch in dieser Ansicht nicht unbedingt die beste ist. Das muss man nicht auch sagen. Das heißt also, wir haben hier teilweise eine relativ geringe Auflösung bezüglich der Satellitenqualität. Und deswegen ja, nicht ganz so schön. Aber auch hier sieht man jetzt zum Beispiel diese Wolke, also dieser Bereich hier. Das ist alles, kommt durch den Vulkanausbruch, der da momentan stattfindet. Sehr interessant. Und hier sieht man in den Satellitenaufnahmen, das ist auch interessant, die Lava-Felder, die sich hier entwickelt haben. Obwohl die Auflösung wirklich nicht gut ist, kann man das sehr gut erkennen hier. Das ist faszinierend. Also auf die Art und Weise, also ich habe jetzt die NASA Worldview tatsächlich noch nicht dazu verwendet, zum Beispiel kleinräumige Vulkanausbrüche, wie zum Beispiel den auf Island genauer anzuschauen. Aber das hier ist interessant. Kann ich also jetzt hier auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Ist doch nicht so schlecht, die Auflösung. Es gibt hier noch eine andere Funktion, wenn ich schon dabei bin und Dinge erzähle, die nichts mit dem Video zu tun haben. Im Grunde, ihr könnt hier folgendes machen, wenn ihr auf die Worldview geht, dann könnt ihr hier anklicken, geostationäre Satellitenbilder alle 10 Minuten. Das ist eine sehr interessante Funktion. Rechts unten habt ihr dann die Möglichkeit, hier durchzuklicken. Und dann gibt es von Himawari, das ist also ein spezielles Satellitensystem. Oder warte mal, wer macht denn das gerade, diese Satellitenaufnahmen? Das ist Currently GOS R, GOS 16. Okay, den kennt ihr schon von Sonnenbeobachtung. Ein GOS 16 ist ein dualer Satellit. Das heißt also, der kann sowohl Aufnahmen machen der Oberfläche der Erde, als auch zum Beispiel von der Sonnen-Corona. Das ist also eine Doppelbestückung bei diesem Satelliten. Und hier unten müsst ihr dann nur noch das Datum einstellen, weil das dann immer wieder zurückschwenkt auf die Daten, die man vorher hatte. Und jetzt können wir zum Beispiel nochmal nach Island. und mal gucken, ob wir da ein bisschen was sehen. Jetzt seht ihr aber, das Ganze schaut jetzt ziemlich verpixelt aus. Das liegt daran, dass der Satellit eben zentral gelegen über dieser Position sich befindet. Also hier ungefähr. Dann kannst du also angucken. West covering, okay, also er ist ungefähr hier. Ja, also geostationär. Also hier guckt er senkrecht nach unten. Was er jetzt nicht kann, weil einfach die Kamera dann die Erdkrümmung filmt, da seht ihr diese Verzerrungen, die wir hier haben. Das liegt einfach daran, dass er dann in einem bestimmten Winkel die Oberfläche der Erde fotografiert. Am besten ist es natürlich immer, wenn hier irgendwas ist, weil man hier senkrecht drauf schaut. Man hat mal so die beste Ansicht und auch die geringste Verzerrung. Also hier immer gucke ich mir dann dementsprechend auch die Entwicklung an, wenn es um Vulkanausbrüche geht. Diese Aufnahmen werden alle 10 Minuten gemacht. Das heißt also, man hat hier eine sehr, sehr gute Entwicklung, auch zum Beispiel von Bewölkung oder von Wettersystemen. Was der allerdings nicht macht, der GOS 16, das ist die Aufnahme von Europa. Europa macht er gar nicht. Das heißt also, das ist ein System, welches tatsächlich nur in bestimmten Bereichen dann auch eine Anzeige liefert. Wir haben also hier, das ist jetzt der GOS 18, zum Beispiel, das ist auch ein Satellit, der Doppelbestückung hat. Der hat sowohl ein Sufi, also ein Ultraviolettgerät für die Sonne mit dabei und guckt aber auch die Erde an. Also das sind diese Satelliten, über die wir auch geredet haben, die zum Beispiel teilweise die Erde da im Bild haben, wenn sie die Sonne dann betrachten. Das liegt einfach an der Position des Satelliten und dann, dass die Erde da ab und zu mal rein war. Es gibt aber den 16er und den 18er, die wechseln sich dann immer ab, also von der Aufnahme der Sonne, immer dann, wenn der eine zum Beispiel immer dann im Erdschatten ist. Also wenn der dann täglich da den Erdschatten da durchkreuzt, dann wechselt der normalerweise die Satelliten dann wieder durch, je nachdem, welcher halt dann besser gelegen ist. Der 18er ist allerdings erst seit 2022 im Orbit und 23 wurde er dann orbitmäßig so angepasst, dass er dann auch seinen Job erledigen kann. Also eine sehr interessante Sache, was man hier alles machen kann in diesem Tool, weil man eben auch die Möglichkeit hat, sich tatsächlich diese 10-Minuten-Bilder anzugucken. Und hier haben wir sogar einen Zyklon. Guck mal. Wunderschön. Und die Auflösung ist beeindruckend. Das seht ihr selber. Und was man hier auch machen kann, man kann zum Beispiel folgendes tun, wenn wir schon dabei sind, dann haben wir ja jetzt hier auch nicht wirklich noch eine Aufgabe zu erfüllen. Mal ganz kurz mal gucken, da gibt es ein Tool, ein Video-Tool. Und da kann man sich jetzt zum Beispiel einen bestimmten Bereich aussuchen. Und dann kann man hier ein Video erstellen. Und was kann man mit diesen Videos machen? Nun, man kann mit diesen Videos dann zum Beispiel die Entwicklung von Sturmsystemen genau untersuchen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist auch eine sehr interessante Geschichte, die man dort dann vollführen kann. Und jetzt muss ich mal gucken, was er da genau macht, weil ich glaube, wenn man nicht alles täuscht, ich bin jetzt schon am 30. September und da werde ich wahrscheinlich relativ viel Pech haben, wenn ich jetzt irgendwas angucken will, würde ich jetzt mal sagen, dass es nicht so klug war. Aber diese Tools sind eben genau für diese Geschichte da. Wenn ihr jetzt seht, dass das nicht funktioniert, dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich dann die Videos immer produziere, wie oft ich das dann auch machen muss, bis es dann passt. Mal das Video-Tool nochmal kurz aus, weil irgendwie, irgendwie macht der jetzt hier gar nicht mehr das, was er soll. Warum auch immer. Er lädt immer noch das Footage. Ab und zu ist es tatsächlich so, dass bei diesen Tools die Ladegeschwindigkeit sehr langsam ist. Das merkt man immer dann, wenn bestimmte Stoßzeiten dann auch vorhanden sind, zum Beispiel jetzt, wenn also die Datenübertragung nicht so optimal ist. Das ist der 21. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben einen Hurricane über dem Atlantik, aber war nicht so, weil das war eine Aufnahme von 2021. Ich würde euch schon gerne diese Video-Funktion hier zeigen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss mir nur einen Zeitraum aussuchen, wo man sich das dann ein bisschen angucken kann. Machen wir einfach mal so und dann laden wir das Ganze mal. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt funktioniert. Aber wie gesagt, manchmal muss man tatsächlich ein bisschen länger rum machen, damit man da irgendwas auf die Kette kriegt. Ihr seht selber, was jetzt oben passiert. Jetzt buffert er das Ganze. Er buffert. Also ihr lädt jetzt die einzelnen Bilder in einen Zwischenspeicher und erzeugt dann aus diesen Bildern, die ich jetzt angefordert habe, dann eben dieses Video, was dann erstellt wird. Unten kann man auch verschiedene Einstellungen machen, zum Beispiel wie viele Bilder pro Sekunde man da sehen will. Das ist auch ein Tool, was ihr dann verwenden könnt, wenn ihr euch da ein bisschen einarbeitet. So, und jetzt haben wir eben dieses Video, was da erstellt wurde. Hier kann man sich dann die Wettersysteme ein bisschen genauer anschauen, wenn man zum Beispiel Analysen macht. Das funktioniert im Übrigen auch, wenn man zum Beispiel Analysen macht bezüglich Waldbrände. Oder auch zum Beispiel mit dem Sahara-Staub jetzt momentan, den wir uns hier halt leider nicht angucken können, weil der 16er und der 18er halt Europa nicht filmen. Dann kann man hier auch dieses Video immer wieder durchlaufen lassen. Das heißt, als ein Loop. Und dann kann man daher sehr genau betrachten, was man hier beobachten will. Zum Beispiel jetzt dieses Sturmsystem. Wie entwickelt sich das Ganze? Also es gibt natürlich für diese Art von Tool auch professionelle Anwendungen, zum Beispiel Wettervorhersage oder zum Beispiel auch Katastrophenwarnung. Wenn sich ein Hurricane entwickelt, wenn sich ein Sturmsystem entwickelt. Jetzt auch in letzter Zeit ab und zu mal Tornados in den USA. Da nutzt man solche Tools, weil man hier relativ schnell Veränderungen innerhalb dieser Wettersysteme sieht. So, und jetzt muss ich allerdings einmal noch zurück zu dem, was ich eigentlich am Anfang angesprochen habe, nämlich zu unserer Wolke hier, die wir hier leider nicht animieren können, so schön wie jetzt zum Beispiel das andere, was wir gesehen haben. Wie gesagt, nächsten Tage dann eben Sahara-Staub über Deutschland und in Verbindung zum Beispiel mit Regenfällen dann auch dreckige Autoscheiben und dreckige Dachfenster. Ich habe auch Dachfenster. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017